Hallo, heute Abend. Ja, halli, hallo. Grüß dich mit dem Land. Grüß dich. Ich komme aus Palpon. Ich komme aus Rio de Janeiro, Brasilien. Aus Bonn am Rhein. Ursprünglich aus Wien. Hallo, ich bin die Anna aus Barcelona. Ich bin der Ernst aus Ridingen. Genauer aus München. Genau genommen dem schönen Rhein-Bend. Wir mögen begeisterungsfähig und begeistern dann gerne auch andere dafür. In meiner Lehre beim Kwoni durfte ich eigentlich die ganze Welt verkaufen. Ich kann mich gut benehmen in Bars und Restaurants. Ich bin gross, das heisst, ich kenne überall Insel. Und sonst kann ich sehr, sehr gut auf allen Sprachen so machen. Alles, was mit der Kultur und mit der Geschichte zu tun hat. Moi, Tratustka. Was möchtest du eigentlich in Basel machen? Ja, Rösti essen. Was denn sonst? Das Vitra Design Museum. Ja, vielleicht in die Kunsthalle Basel. Ein FC Basel Match schauen, wenn sie gegen eBay spielen. Ja, könnte es die Jockey-Krepp abdrücken. Also, Dremli fahren natürlich. Das muss sein. Im Cartoon Museum und wir werden im Museum. Und vielleicht auch mal wieder ins Theater. Eine Branche wie der Ida Merian Gerti. Ganz oben auf meiner Liste steht der Wunsch, im Rhein schwimmen zu gehen. Was wollen wir in Basel eigentlich nicht sehen? Ja, da fällt mir jetzt nichts rein. Wir wollen eigentlich alles an Basel sehen. Dea, Bolli, 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 Boll